Aufklärungsdrohne online. Wir haben A verloren. Verbündete Luftbodenrakete online. Weitliche Aufklärungsdrohne gesichert. Alpha wird gesichert. B gesichert. Vorräte sind unterwegs. Bravo wird gesichert. Alpha gesichert. Alle Positionen nachgeriegelt. Diese Positionen halten. Wir haben A verloren. Sie wird gesichert. Wir haben A verloren. Vorräte sind unterwegs. Charlie gesichert. Wir verlieren Charlie. Vorräte sind unterwegs. Wir haben Bravo verloren. Verbündete Frenzer Drohne im Anflug. A wird gesichert. Aufklärungsdrohne online. Bravo wird gesichert. Alpha wird gesichert. Auf und geht keine militärische Anflug. Auf. Auf. Bravo gesichert. Bravo gesichert. Was ist das? Verbündete verräter Drohne im Anschluss. Aufstehungsdrohne online. Wir verlieren Alpha. Wir verlieren Charlie. Wir haben A verloren. Alpha wird gesichert. Verbündete Cobra kommt. Vorräte sind unterwegs. Wir verlieren Charlie. Wir verlieren C. Verbündete verräter Drohne im Anschluss. Anschluss, verwässerte Aufklärungsdrohne online. Aufklärungsdrohne bereit. Aufklärungsdrohne in Bereitschaft. Wiederhole Öl auf. Wir verlieren Charlie. Wir verlieren C. Alpha wird gesichert. Delta, verbündete Cobra nähert sich. Aufklärungsdrohne online. Wir verlieren C. Achtung Delta Team. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichert. A wird gesichert. Wir haben C verloren. Aufklärungsdrohne bereit. A gesichert. Verbündete. Verbündete Predator Drohne im Anschluss. Verbündete Predator Drohne im Anschluss. Delta, verbündete Cobra nähert sich. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 I'm back. I'm back. Vielen Dank. Vielen Dank. I'm back. 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 Brand? Ja, klar, er ist Mitte. Was denkst du denn? Wie wird er? Die erste Frage, die jetzt kam. Smite? Smite? Oh. Es kommt gut. Teleport. Teleporn. Ja, was? Alter. Der sagt meinen Namen. Ah, ja? Fick dich. Kennst du ja noch Marius, oder? Der lädt gerade bei seinem Wurf herunter. Was ist denn noch gar nicht draußen? Der lädt das gerade bei Xbox One runter. So ein Hurensohn. Dann hab ich mich auch so gedacht. Ich will das Spiel noch gar nicht. Ich warte bis Battlefield Hardline draußen. Das ist eh viel geiler. Grafiktechnisch. Da streiten sich jetzt auch wieder die Geister. Zehn Jahre später. Zwanzig Jahre später. Hundertfünfzig Jahre später. Yay. Boah. Gut, im Chat geht eh gerade nix. Also brauch ich nicht lesen. Ow. Hm 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 hm. Das könnte noch ein bisschen dauern, dauern, ja so sehe ich das auch. Ähm hm 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 so oben auf der top jo ah Leute niemand will advance war war bring me for release oh oh von mir aus ich sag der Teamhersteller ist die letzte Hustenscheiße die es gibt so Mikro ja ist noch richtig ja ich ja 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 Oh mein Gott, nein. Bitte das Ladegerät anschließen. Nein. Wenn man so das zurückverfolgt, echt scheiße. Ihr könnt jetzt gerne alles machen, was ihr wollt. Euch ein Runterholen, was zu essen holen, was zu trinken, ein Rauchen gehen, all sowas. Von mir aus. Bin da, bin da, bin da. Was? Meister He-Jungle? Ja, scheißegal. Ich wollte irgendwas. Drück dich jetzt alle bereit. Es kommt voll falsch hier rüber. Weißt du, es gibt da sowas, das nennt sich schöne Stühle, Bürostühle. Hallo, ich liege in meinem Bett. Ja, wer? Du sollst ja auch keinen schleudern. Was? Du sollst ja nebenbei auch keinen schleudern. Ich muss das Niveau wieder runterziehen. Ah, der mein Schlüssel? Warte mal kurz. Ich muss das Niveau wieder runterziehen. Ich muss das Niveau wieder runterziehen. Arrenal. Niveau noch ein Stück hochbringen. Ey. Uh, ein Freund im Gegner-Team. Yay. Wow, trotz Stream, 42er Ping, läuft. Da kannst du dir ja noch ne Scheibe abschneiden. Was? Ich hab hier besseres Internet als du. Ich hab ein 42er Ping, du Wichser. Trotz Stream, 39. Ich korrigiere. Hm. Bloß bei mir ist die Scheiße. Bei mir gibt's noch Tagungen und was weiß ich. Alles, die klauen alles Internet. Hahaha. 38. Hahaha. Wird immer weniger. Cool. Wir haben irgendwie voll das Scheiß-Team. Kann das sein? Das täuscht. Ich hab schon zweimal in Aram gerockt. Also ganz ruhig. Wird so, was er hier ist im Jungle und hat keinen Smite. Soll ich brauche es nicht? Das ist ein Yi. Late Game Yi. Ja und? Ich muss mich glaube ich mit Rain und Morgana quälen. Naja. Läuft. Ich muss mich mit Brent quälen. Brent gegen Brent. Wer verliert? Brent. Haha. Nicht gewinnen. Lässt uns nur bei mir nicht abgehangen. Achso, ich musste mir ja vorhin, wo ich angefangen hab, so kurz nach 1, anhören, dass ich nicht auf Twitch streamen sollte, sondern auf Hitbox. Aber, ja, aber, da ja, dass ich ein kleines, faules Schwein bin und ich jetzt hier alles neu eingerichtet hab, hab ich darauf kein Bock. Außerdem sind bei Hitbox wieder ganz andere Einstellungen und baaaaaah. Ekelhaft. Wer lädt denn hier noch welche dumme Hure? Ach der Warwick. War klar. Dumme, dumme Hure. Dumme, dumme Hure. Dumme, dumme Hure. Also. Ich will irgendwie Musik hören. Sag nochmal, ob du die Musik hörst. Wenn ich sie höre, gibt's da so, gibt's da so einen ganz speziellen Button. Ja, deswegen frag ich dich, ob du sie sowieso hörst, weil wir jetzt nicht hab' ich Probleme damit. Ahja. Was? was soll ich hören was soll ich nur also aktuell nicht musikordnung spd lalala 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 was manche leute vor allem der eine hat sich aufgeregt weißt du ich hab ja Hearthstone gespielt gleich mal anfollow kauf dir mal gescheite spiele da sind solche die können so spiele nicht ist zwar free to play aber ich find's geil vor allem du musst ja strategisch vorgehen oh es geht los nein damit habe ich schlechte erfahrung gemacht da dass das humaner schleuder richtig losgeht morgens habe ich erst mal ein kumpel xbox mal wieder ein paar gameplays aufnehmen ich muss wieder abonnenten bekommen xbox keiner spielt xbox oder playstation so gleich mal 10.000 dis abos geholt ach so übrigens hitbox ist scheiße noch mal 20.000 die abos geholt ne ne schätze beiseite ich merke einen unterschied bei den qualitäten vom bild her angeblich soll es bilder besser sein mann du bist ein jidu wirst es ja wohl ohne smite schaffen oh was will der morgana jetzt ficken deine mutti will auch hilfe ja da muss er nach da das ist ein jazulu ne ach fuck dich also der jiva schon mal eine falsche entscheidung immer mitdenken das kannst du dir in aram nicht leisten deswegen habe ich auch im aram eine sichuanie mit einer tristana klein gekriegt neulich in der nacht von freitag auf montag auslaufen ja was denn jetzt leeeck du meinst steht erstmal voll brain afkar rum hm oh wohoho das wär first blood gewesen bitch die darf jetzt erstmal zurück gehen ich bin auch die nächste mal rein voll brain afkar irgendwo hinstellen was haben die gesagt hm komm hm 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 da war's cool doch zu langsam hm hm ja ja das finde ich auch ja heil mich doch noch 10 jahre hm helfen tut's mir trotzdem nix achso rain ist weg hm 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 5 hm 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 Ja. Wow. Ich will... Weißt du, der Streamer kriegt nie fürs Platz. Immer so. Alter, du bist ein Yi. Verfluchte Scheiße. Ich brauch... Brauch... Inkompetent. Inkompetentes Stück Scheiße. Inkompetente Stück Scheiße. Inkompetente Stück Scheiße. Senkfuß! Tja, da kannst du mal wieder sehen, wer schneller seine Ulti hat. Inkompetenz. Wo es schon immer, dass Inkompetenz wehtut, aber so extrem. Morgana, das bringt ja doch nix. Mann! So, okay. Also die hören dich dann auf. Genau. Ihr wollt nur das Niveau runterbringen, komm, gibst zu. Was? Nein, ich find der da. Ist der da? 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 Wir müssen leisten, ja. Ich wollt da mitmachen. Dann vergibt er jetzt das Geld oder nicht? Ist der da? Was? Nein, ich hab keine Person. Da ist er. Wenn ich weiter nicht raus. Ja, guck doch. Ja, guck doch. Hallo, guck das Ding. Da ist was davor. Oh, siehst du ja noch. Gehen dir das? Winkst er jetzt nicht raus? Was? Er dich? Oh. Warum er mich? Bohrweg hat nicht geküttelt. Dennis? Verena wollte sich grad umbringen. Was? Was? Okay. Der Stream wird immer witziger. Und ich sitz hier und lach mir voll einen ab. Hätte ich Facecam an. Ihr würdet... Ihr würdet... Ich sag ja... Witziger geht's nicht. Ich... Geh dir noch Todesangst. Du darfst die Goebbels nicht schlagen. Ba-ba-ba-ba-ba. Und was? Ach nix. Ich hab noch was falsch verstanden. Was hast du falsch verstanden? Ach nur so. Ich müsste mal langsam back hin. Ich hab schon 2000. Das liegt vielleicht daran, dass ich nicht genau am Mikrofon häng. Alter! Fick dich! Fick dich! Danke! Fuck you! Fuck you, Wayne! Fick dich! Fick dich! Ficke dich! Fick dich noch dreimal! Ich mach dich mit Überstunden kaputt. Und was? Du machst dich mit Überstunden kaputt? Ja man. Genug hab ich ja. Na, wenn mal meine Überstunden fehlen würden. Einfach abbummeln! Oder auszahlen lassen. Wäre auch ne Möglichkeit. Geht bei uns aber nicht. Weil da würden zu viele dann Überstunden machen. Weißt du? Ah sicherlich! Lass mich in Ruhe! Ah danke! Du hast mir aber grad so mein... Also mein Blutdörster hat sie mir grad so gegeben. Aber... Weiß. Oh, was auch die Tötung. Ich glaube, weil's ne dumme Hura ist. Weil ich mir beabsichtigt. beabsichtigt! B-b-b-b-b-b-b-b-b! Bäh! Ich habe oen Popschutz gelegt! Bah! Ey, du hast kein Mana mehr Warte Send Mana Wenn's klappen würde Ich schick dir mal hier ein paar Ein bisschen was per WhatsApp, ne Gut Warte Siehste Das hört sich da richtig schnell, die Technologie Deine Mana fühlt sich wieder Cool Könnt ihr mal sehen, alles professionell hier Nur Profis sind hier am Werk Hä, was? Profis? So sieht der Gegner schon aber nicht aus Halt die Klappe, das interessiert doch keinen Ich kann mich über meinen Support nicht beschweren Geh weg, du Lappen Mein Kill Nein, meiner Meiner Ne, ist Mein Kill Meins Ich habe doch gesagt, ich gewinne gegen den Ich wollte, ich habe gar keine Chance So, und wo sind eure Minions hin? Weeg Machen wir den Traktor Hast du das gehört? Ich höre irgendwie, naja, sehr viel am Tag Ich höre zum Beispiel, dass ich geil bin Jeden Tag Oh, so ein Ticket kann laufen Meinst du mich? Nein Du bist kein Lappen Nein, ich bin nur der Idiot, der schon seit über 10 Stunden streamt Ich mein Wurwig Ja, ja, da hat jemand Tschüss Tschüss in your pants Hm, Tschüss in my pants Ihhh Das wollte ich jetzt aber nicht so genau wissen Was du in deinen Pants hast, ist mir eigentlich egal Ah, motherfucking Power Du Oh, ich brauche gar keine Musik hören Ah Diese hässliche Morgana ist noch weggekommen Ich wollte eine Doppeltötung machen mit Ulti Dumme Hure Ich benutze das Wort aber wirklich zu inflationär Inflationär Seit neuestem spielt man OBS herum, weißt du Ich stelle 30 Frames ein für Twitch Weil Twitch ja nicht mehr hergeben will Ja Es läuft bei 29 Und das Spiel hat an die 100 Achso, du kannst jetzt auf YouTube übrigens 60 Frames Ich sag doch, ein Spaß-Ticker Jetzt muss ich sogar noch überlabern, weil da ein bisschen Musik läuft, die eigentlich GEMA geschützt ist Aber naja, das sag ich kein So, bin wieder da Was hab ich denn da eingegeben? 6 plus plus 6 Warte mal Loll Versuch mal einen Penis Mit Buchstaben im Penis Mach mal Ich glaub da brauchst du viele Zeichen Tschau Viel Spaß Also ich mein dich damit, Dennis Ich glaub der spricht die ganze Zeit in seiner eigenen Person, oder? Nein, hier heißt noch jemand Dennis Achso Kommt vor Ohohoho Wenn ich jetzt noch beim Phantom-Tänzer hätte Oh, die würden aber, würden leiden Ich muss sagen, wenn du längere Zeit nicht LOL gespielt hast, macht's Spaß Nein, hier ist ein großer, ey Kein Bock mehr Rage-Krid Rage-Krid Ey, auf der Buddhisten Tower weniger, ne? Ich weiß nicht, wie's bei denen aussieht, aber Ich hab mehr Farben wie die Rain Du dumme Hure Was? Was wird denn das? Feed for free, oder was? Finde ich aber nicht in Ordnung Mann Mann Dadadadalalalalalalalalalala Bam, 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 bam Morgana, du wirst sterben Ich muss erst mal ein Stück Schokolade essen. Eigentlich bin ich dagegen essen in Aufnahmen, aber das ist keine Aufnahme. Nee, nee, ich hab gerade Zeit. Masa, hier hat deine dumme Presse. Halt die Schnürze! Vorze! Er klopft denn da! Wird nicht zugeschaut. Sehen sie noch alle, wie scheiße du spielst. Das hat er nicht mitgekriegt. Sieht gut so. Was denn? Oh, nix. Könntest du dir halt gucken, wenn es auf YouTube ist. Ich hab gesagt, wenn dir jetzt keiner zuschaut, sieht wenigstens keiner, wie scheiße du spielst. Jetzt kommt wieder der scheiß Band. Achso, da kommt nur Morgana. Nee, ey, nee, ich... Ich geh, ich geh. Ich mach irgendwann anders mit. Ich hab jetzt überhaupt keine mehr vorgearbeitet. Keine Lust mehr. Ich bin mal wann anders dabei. Ich hab jetzt kein System. Alles scheiße. Weil du nicht gewinnst? Nee, weil der... Das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Ja, es sind einfach nur Bluten. Ja, ich bin mal weg. Bis später. Ah! Ob mich das jetzt mein Account kostet, wenn ich hier... Du musst schon was schmeilen. Pass nur auf, wenn... Wenn ich dich gleich wegmach, bist du ein Stück Kot in der Landschaft. Mein Gott. Meine Hilfe. Obwohl ich sagen muss, ich hab den feindlichen... Dschungler. Ich hab's jetzt noch nicht gesehen. Interesting. Ich muss ja nur noch eine Stunde. Ich hab's jetzt noch eine Stunde. Ich hab's jetzt noch einen Eink Rail-A realms treatments. Ich hab's jetzt schon nicht gesehen. Ich hab's jetzt auch Lindsey-A長 gesagt. Ich hab's jetzt schon stataheir. Ich bin durch die Rück Radiation. Du hast ein Problem? Ich habe eine Frage. Sicher doch, komm. Ich habe ein Bett hier geblieben. Machen wir erstmal mit ein bisschen clear. Ich habe ein Bett hier geblieben. Ja, so sehe ich es auch. Ich habe ein Bett hier geblieben. Ich habe ein Bett hier geblieben. Richtig, richtig, gell? Okay. Okay. Verpiss dich! Niemand überholt mich im Farm. Mann, du bist ein Yee! Du musst das ja wohl hinkriegen. Selbst dazu ist er zu inkompetent. Nee, das machst du selber. Wer mehr die Minions klaut, kannst du selber machen. Ich habe ein Bett. Ich habe ein Bett. Du hast ein Bett. Du hast ein Bett. Bist du das? Ich bin ein Bett. Vielen Dank. Ah, 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 ah. Mein Gott, meine Liebe. Ja, da hast du recht. Aber ich spiele dich, also habe ich die Regeln. So, jetzt wollen die uns wegrapen. Bin ich aber voll dagegen. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm, hmm. Ja, so sehe ich das auch. Deswegen gehe ich erst mal da hin. Ah, ja. Ah, ja. Ja, wo willst du hin? Unten oder oben? Ich enthalte mich meiner Stimme. Komm. Kauf dir Minions, Loop. Komm. 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 Ich hab keinen Bock mehr jetzt, Junge. Kannste knicken. Das haben wir verloren. Jetzt wisst du, wie soll ich so irgendwie ein LOL spiel? Das war irgendwie sowas hier. Fünf gegen fünf. Das ist so ein Scheiß. Dass wir A haben, wo du ein Champion kriegst, den du noch nie gespielt hast und machst das Beste draus, ist viel geiler. Kann jeder sagen, was er will. Ist selbst irgendwie zwei besser als der Scheiß hier. Da ist ja selbst Dorngate besser. Ich sag mal so, bis jetzt, wo ich gespielt hab, hab ich es ja immer verloren, aber das ist mir egal. Ich sag mal. Gah. 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 Ich kann es doch schon wieder voll in die Tonne schmeißen, hier alles. Wie in die Tonne geschissen. Oho! So, beim nächsten Surrender mache ich einfach... Ja, das hat keinen Sinn mehr. Kauft ihr einfach mal Geschwindigkeit. Tschüss! Ja, die ficken dich jetzt. Fick dich. Ich enthalte mich meiner Stimme mal wieder. Ach, fick dich. Was war denn das jetzt für ein Bug? Bäh? Also... Also... So... So... Nochmal fünf Minuten Pause, pinkeln, rauchen, trinken, holen, essen, holen, sonstiges. In der Zeit, wo ihr hier das machen könnt, mache ich da natürlich auch, mir was zu essen holen, um was zu trinken. Und dann baue ich wieder um. Dabei ist ja immer schon gerade wieder um. Ab dem Moment... Und dann doch mal... Okay. Und dann, für Sie meine BI encore... Was geht um Lowen hoch rigor hierauf? Und dann in dann den Tag... Und dann,т cruise CHuar... ganz clean after. Und dann... Vielen Dank. 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 Jetzt hat das dumme Spiel Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. 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 Ja, doch. Ja, das nennt sich dann wohl verloren. Ja. Ja, das ist ja... Ja, das macht ja... Ja, das ist 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 ja... Ja, die... Ja, das ist ja... Ja, ja... Ja, das ist ja... 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 Ah! Con... Oh, Mann. 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 Oh, Mann.